Hallo und herzlich willkommen doch wieder zurück bei Creativerse, nachdem wir uns ja eigentlich gedacht hatten, wir beenden das Let's Play Together an dieser wunderschönen Stelle. Aber nein, wir haben uns gedacht, das können wir uns und euch nicht antun, denn diese Welt ist einfach wunderschön. Jetzt vor allem, wo wir ein Säbelzahnschwein hier haben, ich gehe mal gucken, was das denn, ob das lieb ist oder böse. Vor der Aufnahme wurden wir allerdings schon hier ordentlich vermöbelt. So sieht's aus. Und auch ein großes Hallöchen von mir, eurem Bärchen. Bosshock. Bosshock? Alter, das ist böse, das ist böse, das Bosshock. Bosshock ist eben hier drin. Ja, bitte. Ah, danke. Sammel mal und guck mal, was das hat. Das ist Bosshock. Oh, das ist geil, die haben die Texturen richtig gut hier geändert und so. Ja, auch von den Pilzen, die Texturen. Ja. Können wir mal eben kurz zeigen. Die Pilze sind jetzt nicht mehr nur 2D-Bilder auf diesem Block, sondern wirklich dreidimensional. Ja, warte, ich komme auch, dann wird hier das auch von mal auf der Seite aussieht. Es ist richtig geil gemacht. Ich glaube, der Shader ist auch neu mit dem Sonnenschein. Oder war der letztens auch schon drin? Ich weiß das gar nicht mehr. Ähm, im Nebel war er auf jeden Fall drin. Doch, 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 der war drin. Doch, doch, doch. Ja, ja, der war drin. Was ist das denn? Guck mal her. Aber wie geil, was liegt denn da? Ja, das freut mich auch gerade. Ist das dieses, ach, das, ja, 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 ja. Ach, Halleluja. Ach, der hat nur diese komischen. Ja, ja, das ist dieses komische. Ja, aber ich muss ja mal sagen, die Steuerung ist ein bisschen doof geworden. Schwammig. Ein bisschen sehr schwammig, ja. Aber ich denke mal, da, ja, da, ich denke mal, kann man, ich gucke mal eben, Game Options, Controls, Camera Look Sensivity. Kann man ein bisschen runterdrehen. Yippie, yippie, yippie. Ja, du kannst, wenn du die, äh, diese Kamera bisschen runterdrehst von der Geschwindigkeit her. Ja. Dann wird es ein bisschen leichter. Dann ist das nicht mehr ganz so schwammig von der Maus her. Ja, gut, aber ich versuche mal, somit klarzukommen, vielleicht, dass... Ja, klar. Also, ich habe irgendwie so das Gefühl, als wenn es schöner ist. Ja. Und ganz ehrlich, ich bin auch der Meinung, es läuft flüssiger. Ein bisschen. Ja. Ja. Als wenn es ein bisschen was an der Perfüge... Ja, guck mal, wie du, äh, guck mal, wie ich gehe, siehst du? Nicht mehr so am Zittern, ne? Nicht mehr so am Zittern und es sieht auch so aus, als wenn... Also, du schwebst dann auch nicht mehr so über, wenn du hier irgendwo runter springst. Ne, es ist minimal, also es geht, als ob du ein bisschen weiterspringen würdest. Ja, gut. Also, ich... Aber es ist schön geworden, es ist richtig gut geworden. Bis auf die Steuerung, aber gut, mein Gott. Ja, gut, okay. Ähm, was machen wir? Wir hatten das Ende der Welt. Was ja eigentlich anscheinend kein Ende mehr ist. Ne, nicht mehr wirklich, ne? Es ist aber nur nebelig. Es ist noch ein bisschen diesig, ja, das stimmt. Bähääää. Aber nicht mehr so wie vorher. Wo gehen wir denn jetzt hin? Sollen wir erstmal wieder zurück? Huch. Ich bin irgendwie in die Welt reingefallen. Indie-Welt? Ja, hier in diese... Indie-Indie-Welt. Indie-Welt, ja, ist auch ein Indie-Spiel. Ah, ist es überhaupt... Ja, richtig. Es ist, glaube ich, noch Indie. Huch. Glaub ich. Glaub ich. Huch. Aber wie geil das hier mit den roten Pilzen aussieht. Komm mal her. Oh, geil. Sieht das auch mal richtig nach was aus. Also, Entwickler... Ja, geil. ...ruht ab. Ah, und du zappelst jetzt nur noch die Pilze wirklich ab. Hä? Wieso? Ja, sonst war das doch... Sonst bewegen sich die Pilze nur noch, wenn du die einsaugst. Und nicht mehr der komplette Block da drunter mit. Ach so, ach so. Ich dachte, du hast den Block gleich mit eingesaugt. Nee, 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 nee. Nee, nee, zum Glück nicht. Ich bin ja mal gespannt, was die überhaupt noch hierfür tun, die Entwickler, weil die machen echt... Ja, wenn du hier hinkommst, wird es sehr neblig. Jo, aber warum? Wahrscheinlich Ende der Welt. Ja, aber da waren wir doch schon. Ja, da waren wir, genau. Ist da nicht die Schnee... Nee, halt, warte mal. Wir sind aus dem... Wir sind aus dem Osten gelaufen. Aus dem Gelaufen, wir müssen Westen zurück. Genau. Genau, da, deswegen. Da ist auch dann die Schnee. Ja, okay, also Nebel ist immer noch da. Da ist die Ende. Die Ende der Map, ja. Die Ende. Die Ende. Die Ende der Map. Genau. Hahaha. Ist dir schon mal was aufgefallen, was wir zum ersten Mal machen, was wir noch nie bei Creativerse gemacht haben? Nee, was denn? Oh, haben wir beide gleichzeitig abgebaut, geil. Was machen wir denn, was wir noch nie gemacht haben? Ja, guck doch mal raus, es ist Tag. Äh, warte, ich dreh mich mal kurz um auf den Stuhl. Ey, yo. Tatsächlich. Sonst war es immer noch. Es ist Tag. Es ist Tag. Ja gut, aber das haben die Zuschauer ja nicht gesehen. Ja gut, aber es ist ganz ungewohnt für mich. Es ist so hell. Ja. Ich bin ja mehr so ein Schattengewichtspieler. Was ist das denn da? Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Ich habe da irgendwas gesehen. Warte, 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 warte. Das Geile ist, ähm, Creativerse weiß man ja eigentlich nie so genau. Ähm, einmal da links ist eine Höhle, aber ich wollte mir mal die Höhle angucken. Da gehst du dann dahin, denkst, boah, wie geil. Und dann, ach doch nicht. Ja, genau. Obwohl. Boah, diese, also. Könnte eventuell. Also auf jeden Fall ein kleiner Stück. Versprechend sein. Ach, nee, doch nicht, nee. Es sei denn. Ich habe doch nur so ein kleines Ding hier. Genau. Äh. Äh. Au. Uah. Was? Grell. Ja, uah. Noch einer. Alter. Aber der dreht dich dann, alter, wie lange braucht der denn jetzt? Boah. Da, hier sind zwei Stück. Einer für dich, einer für mich. Genau. Oh, schön. Die, äh, Texturen ist super geworden. Die Texturen sind besser geworden, ne? Macht auf jeden Fall mehr Spaß. Ach, und, äh, zur Info, ich bin kein Weibchen mehr. Ich habe mich umoperieren lassen. Und was der Alex nicht weiß. Mach den Alex nicht heiß. Ich nehme eine Chest. Mhm. Man nannte mich auch den Looter King. Hahaha. Hahaha. Also was mich ja jetzt noch wirklich sehr interessiert. Weißt du denn? Was ist denn wohl aus unserem Haus geworden? Ja, hoffentlich existiert das noch. Jo, ne? Man weiß ja nicht. Ich denke mal schon. Wurde nicht von, von Basti überrannt. Ja. So. Aber der ist doch, der ist doch bestimmt auf der Fußmatte ausgerutscht. Hahaha. Hahaha. Also, ähm, ähm. Ja, Entschuldigung. Darf man also, ja. Da macht man keine Scherze drüber. Ah, kann ich, das kann jedem passieren. Außerdem, ähm, ihm ist es ja nicht passiert, ne? Das stimmt. Ja. Aber auch ein Lama kann ganz schnell werden, wenn man rutscht. Na, das stimmt. Und ich fand es sehr nett, dass, ähm, danach auch die Wiederholung, ne? Gleich, ähm, zählte gleich auch mit. Ja, ja, natürlich. Naja, gut, okay. Man macht sich nicht lustig darüber. Das ist, das kann jedem passieren. Natürlich. Eben. So schön, wenn es jedem passiert ist. Ja, richtig. Zwei Mal hintereinander. Hahaha. Naja, egal. Eben. Oh, hier ist ne Höhle. Ja. Oh. Oh, was denn? Oh. Ja, wenn du von oben auf die Pilze guckst, die einsaugen willst, saugst du den Block unter denen weg. Und nicht die Pilze an sich. Achso, dann hab ich bestimmt, ja, das ist nur so. Ach, hier ist so wieder nur so ein Ding hier. Genau, nur so ein Ding hier. Ja. Okay, gut, wir können jetzt zwei Sachen machen. Entweder wir laufen den ganzen Weg zurück, dann haben wir zwei Folgen auf jeden Fall voll. Oder wir porten uns einfach. Ja, warte mal, wie war denn das nochmal? Ähm, einfach auf T. Und dann hattest du den Port, hattest du, glaub ich, gesetzt. Und dann auf Herber Elpe. Herber Elpe. Teleport. Und Teleport. Teleporting in 3, 2, 1, Left Off. Oh, was ist denn das für ein Block? Ah, Mann, ey. Teleporting, cancel it. Warum steht bei mir, cancel it? Äh, wahrscheinlich war ich eher, weil gleich kann sich immer nur einer porten zur gleichen Zeit. Also ich bin jetzt im Haus, versuch's nochmal. Du darfst dich auch nicht bewegen dabei, ne? Ja, hm. Versuch das mal. Du musst also stehen bleiben. Ne. Ne. Wie, ne? Ich versuch's mal zu deinem. Ja. Ne. Bei mir steht immer, cancel it, cancel it, cancel it. Kann man das auch noch irgendwie anders machen? Also eigentlich muss man den Namen anklicken und dann unten auf Teleporten. Dann geht das. Ja. Das Problem ist nur. Und still stehen bleiben. Ja, das ist ja, ich glaub, meine Maus ruckelt einfach nur nach. Das könnte natürlich sein. Oh, das ist jetzt aber doof. Das ist ja jetzt mega doof. Teleport. Ja. Nein. So. Diese Folge besteht jetzt daraus. Ich bin doch schon mal ein Teleport. Du bist ja nicht nur einmal. Also ich hast sie ja schon mehrfach teleportet. Ja, eben. Ich versuch mal was anderes. Super. Geht nicht. Also die Maus kann's so richtig bewegen. Nee. Ich weiß nicht, die Maus nehme ich auch gerade. Nee, die Maus funktioniert. Bei mir hört auf. Teleporting, cancel it. Jedes Mal. Merkwürdig. Auch zu dir. Liefi loves you. Das ist doch nicht wahr. Anscheinend musst du dann wirklich laufen. Nee. Ach, nee, ne? Das tut mir wirklich sehr leid. Oh Gott. Die ganze Wege zu laufen? Anscheinend ja. Das ist aber echt doof. Das ist wirklich doof. Aber du hast zum Glück, du hast ja oben dieses kleine X auf dem Kompass. Ich weiß ja, wo ich lang muss. Gut. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Ich frage mich, warum das nicht geht. Liegt's an meiner Maus? Ich hatte das ja auch gerade gemacht. Ich hatte teleportiert. Also ich habe mich jetzt mal zu meinem Teleporter teleportiert und dann wieder zu deinem zurück. Und dann mal die Maus bewegt. Da hat er nichts gemacht. Da hat er ganz normal teleportiert. Hat geklappt. Ich weiß nicht, warum er es jetzt gemacht hat, aber es hat geklappt. Komisch. Das wäre es jetzt auch gewesen. Ja. Das wäre es echt gewesen. Aber. Ja. Erzähl ich's. Wir müssen die Folge langsam beenden. Ne. Lass mich doch erstmal zurückkommen. Wieso? Ich habe erst elf Minuten. Ja. Eben. Ich habe den Teil auf zehn gestellt. Schön. Sagst du, wir sehen das Haus noch zehn. Ja. Ich sage doch langsam. Nicht jetzt sofort. Tschüss. Tschüss. Okay. Hier sieht alles noch gut aus. Hier ist alles so, wie es war. Boah. Ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung, dass wir hier so viele Truhen stehen haben. Genau. Ich bin auch gerade etwas geflasht darüber. Ja. So. Ja. Da wollte ich keine Fackel hinsetzen. Okay. Wie sieht es hier aus? Warum wackelt die Erde denn jetzt so? Welche Erde wackelt? Hier wackelt es gerade bei mir voll. Wo? Hier gerade im Spiel hat es so gewackelt, als wäre es gerade irgendwie ein Erdbeben oder so wäre. Moment. Ich habe den aus. So. Mist. Was denn? Ich muss mal eben auf was drauf gehen, was nicht mehr so. Okay. Hallo. Wo wackelt denn deine Erde? Ja, das ganze Bild hat gerade voll gewackelt. Keine Ahnung. Egal. Ja, schon wieder. Also es wackelt jetzt gerade. Zittert mein Charakter gerade? Ja. Ja. Ja okay, dann liegt es vielleicht daran. Ja. Ja okay, dann liegt es vielleicht daran. Ja, wenn das Dach fertig ist, wird es noch viel schicker aussehen. Ja, das liegt ja an unserem Baumeister, ne? Weißt du warum die brennen? Die verwandeln sich. Nein, die sind alle Feuer und Flamme, dass wir wieder da sind. Ja guck mal, der hat uns vermisst. Guck mal, der kommt auch nicht so, der kommt nicht so. Hopp. Äh. Was soll ich wohl kurz sagen? Ich bin da. Ach. Basti ist weg. Ja, der kommt wieder. Der kommt wieder. Der kann nur nicht ohne. Ja. Also das Haus sieht langsam wirklich sehr, sehr hauslich aus. Häuslich. Häuslich aus. Mit einem riesen Loch im Dachstuhl, aber gut, egal. Naja. Und was mir auffällt, ich glaube, da oben an dem Giebel müssten irgendwie so ein Fensterchen oder sowas rein, ne? Ja, wir müssen es ja vielleicht von innen mal einfach ausbauen. Dass man vielleicht auch von unten... Ja, oder man geht auch noch nach oben. Ja. Noch eine zweite Etage draufsetzen hier. Wir können ja noch an diesem Dreieck hier, also an dem Dach, nochmal einen Klotz dran setzen mit Holz. Wir haben jetzt eine Menge Holz. Oh, so viel haben wir nicht mehr. Ich habe noch Holz gesagt. Achso. Wo meinst du jetzt? Also pass auf. Also das machen wir noch eben zu Ende, die kleine Hausplanung, ne? Ja. Und zwar, pass auf, wenn du jetzt hier vorstehst, ne? Ja. Hier diesen super Wintergarten, ne? Ja. Und so, und dann stehst du da rechts neben dem Dach, ne? Direkt an dem Dach einfach geradeaus raus. Hä? Ja, warte, komm herz. Das ist jetzt. Ich habe keine Ahnung, was er will. Ja, wir haben ihn, ja. Und wie es angegreift. Oh. Dann kommt so ein... So ein böses Porky. Nicht mehr. Porky weg. Uh. Nein, ich fall rein. Hahaha. Viel Spaß beim rauskommen. Nö, toll. Nee. Machst aber wieder zu, ne? Ja, aber von hier aus habe ich mir gedacht, ne? Dass wir hier, das hier wegräumen, ne? Also so'n, so'n... Wolltest du das Dach noch ein bisschen länger ziehen, oder was? So, das hier und das hier. Genau, ne? So, dass wir optisch... Bis hier unten hin. Und das wir dann... Das tut, dass die Riege auch noch weg. Genau. So, und dann im Endeffekt, ne? Haben wir dann hier das so. Vielleicht, dass wir nochmal mit Fenstern arbeiten. Mal gucken. Auf jeden Fall hier Fenster rein, ne? Hallo Schwein. Hallo? Bist du denn da? Töse. Hier, darfst du looten. So, und, ähm, dass wir nach hier hinaus, ne, hier hin, dann das Haus ausbreiten. Dass wir dann hier nochmal so'n... Das können wir ja machen. Nö? Und dann können wir uns überlegen... Ich meine, hier drunter, hier drunter, ist doch eh noch unser Schlafzimmer. Ja. Also die Schlafzimmer, Sesse. Ja, ja, genau. Unsere. Unsere. Nicht unser, sondern unsere. Genau, wir schlafen ja getrennt seitdem. Nee, nee, nee. Ich mach dir nicht in einem Bett schlafen, muss ich mit dem Arsch an der Wand schlafen. Ja, und seitdem du deine Brüste unten als... Ah ja, ähm... Und war günstiger. Ja, und den Stock, den du dir ausgesucht hast, ne, war noch nicht mal seiche. Nee, ist geil. Ah, schön. Zum Glück fällt das alles auf dich. So, nee, auf jeden Fall hab ich mir das dann so gedacht. Aber ich würde vielleicht dann nochmal... Dann, was wir auch noch machen könnten, ist hochbauen. Hochbauen. Du kannst gerne hochbauen. Ja. Auf jeden Fall, warte. Würde ich, äh... Vorschlagen. Es gibt... Entschuldigung, aber es gibt hier jetzt, ähm... Gesundheit-Regeneration-Säfte. Das gab's doch jetzt nochmal auch. Ja, also so Heilsaft. Und jetzt gibt es, ähm, einen Saft, der die Ausdauer wieder zurückbringt, wenn du gelaufen bist oder gerannt bist. Cool, das ist... Mann, ich will die Tür zumachen. Ja, machst du doch zu. Ja, andauernd futter ich mir die Pilze hier weg. Ja. Ihr müsst wissen, Herr Bär ist in der Telefonzelle groß geworden. Da gehen die Türen automatisch zu. Ja. Wenn ihr noch wisst, was eine Telefonzelle... Wie sieht damit aus? Was ist das denn? Ein Flower Pot. Yeah. Flower Power. Gott. So, äh... Ja, ich, äh... Ich beende dann jetzt mal die Aufnahmen. Ja, warte, ich geh mal hier raus und ich geh mal, dass ihr das... Und wo bist du? Ich bin hinten bei uns im Lager. Wie immer, ne? Wie immer. Und räum mir die Kisten ein. Genau. Alles klar. Äh... Da bin ich. Uh. Uh. Hallo. 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 Hier. Hallo. Dim, 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 dim. Weg da. Hast du das Schwert geworfen? Nein. Eine Fackel. Dim, 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 dim. Und... Ja. Und, ähm... Ich überlasse Bärchen mal das letzte Wort. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.